So, hi, da werden wir wieder zu einer weiteren Folge, Remnant from the Ashes, ich habe diesen ätzenden Dungeon vom letzten Part hinter mich gebracht, viel habt ihr nicht verpasst, es gab nämlich bloß noch den Ring hier zu finden, den Ring der Schwerkraft, sind drei oder mehr Feinde innerhalb von 8 Metern im Umkreis, von mir mache ich 25% mehr Schaden, yeah, und dann bin ich jetzt hier rausgekommen und jetzt haben wir direkt wohl sowas wie ein Boss oder die Spindel oder halt einfach mal wieder ein mega Fuckfest vom Feinsten Sieht zumindest schon mal schön aus, wie manche andere Sachen, wo ich bisher gesehen habe Oh, ich nehme alles zurück Was? Was ist das? Oh, ah Oh, ah Oh, ah Oh, ah Oh, ah Ah Oh 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 Oh, 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 oh. Teil dich. Oh, oh, oh. Ah, du kleines Arschloch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah! Boa 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 Oh Gott! Das war's für heute. Das war's für heute. Kleine Drecksau. Leere Silber, neuer Gegenstand. Erholung auf Ausdauer, Generation und Verzögerung. Aha. Klingt doch gut. Was war das leere Dingens? Das war's für heute, was hier vom Pfadner fallen gelassen wird. Achso, ja. Kann man Busdingen so mitmachen. Und ne Fähigkeit. Okay. Moment, der Bus ist ja tot. Streicht die Musik. Oh mein Gott. Muss sowas immer sein. Ich meine, es ist nicht immer so viele Gegner, wenn dann besser okay, aber es ist halt furchtbar. Das ist halt ätzend. Wie hier, okay. Es ging, aber die fressen halt Muni wie Hölle, ne? Aha, das ist also da. Okay. Bis jetzt 10 Milliarden Kilometer außer rum. Nice. Ich will das jetzt sehen, was da ist. Ich hoffe, da sind wir dann jetzt auch richtig. Wir würden mir jetzt auch nicht einfallen, wir haben da nichts mehr auf der Map. Wir haben jetzt alles erkundet dann. Bumm. Mh-hm. Mh-hm. war ganz okay der bus ging schon ist das jetzt wieder ein dungeon mich kurz langsam die umgebung echt an ich mag das einfach nicht das ist so steril und scheiße und orientieren fühlt einen echt schwer und die sind gut mhm Falls die Gerüchte stimmen, habt ihr einen langen, schweren Weg bestritten. Sagt mir, warum glaubt ihr, dass ihr hier seid? Das frage ich mich auch. Ich habe von ihm gehört. Er hat jedoch nie eine Audienz bei mir ersucht. Wahrlich eine Schande. Er verschwendete seine Zeit mit den törichten Akari, wenn er von mir, einem der Jahrhunderte, miterlebt hat, hätte lernen können. Ich weiß genau, wonach ihr sucht. Mein Kind, ich habe jahrhundertelang über die wahre Natur der Dingenhaar gedacht. Ich habe die Muster und die Motive in der Symphonie der Welten gesehen. Euer Zuhause wurde von den Boachen überrannt. Ihr nennt sie die Saat. Das haben wir gemeinsam. Sie sind wahrlich der einzige Feind. Ihr stiebt nach Erlösung und ich habe den Schlüssel. Dieser Schlüssel bringt euch nicht zu eurem gewünschten Ziel, sondern dorthin, wohin ihr müsst. Er kennt eure Erlösung. Besser als ihr selbst. Ah, ihr seid weiser, als ihr ausseht. Ich sollte euch warnen. Der Schlüssel ist nicht sicher. Er hat viele zu einem frühzeitigen Ende geführt. Wie dem auch sei. Ich werde einen Tausch, eine Gefälligkeit im guten Glauben. Es existiert eine lebhafte, urtümliche Welt. Sie ist von den Quarri unberührt, aber wird von unredlichem Fiebe herrscht. Diese Bewohner verehren insbesondere eine ungewöhnliche Bestie. Bringt mir das Herz dieser Bestie. Die Weisheit obsiegt also. Betretet dieses Portal mit Überzeugung. Dies ist eure einzig echte Waffe. Mhm. Die sind ja ganz schön ugly, wenn man die sich jetzt mal so genau ansehen kann. Was mit dir Lappengesicht? Die Bestie bewacht ihre Welt so wie unser Wächter einst unsere Beschützte. Die Zeit ist nicht. Okay. Hast du hier noch Loot? Hm, ne, hat er leider nicht. Na gut. Dann mal auf in die nächste Welt. Hurra. Na, es klingt schon mal wie es jetzt ist. Es ist ja ganz nett. Immerhin sind wir da jetzt fertig. Hier auch ganz schnell. Drei Parts. Okay, das geht. Aber ich muss dann dringend erstmal zurück in die Basis und noch ein bisschen was aufwerten. Oh hey. Das ist ja ganz schick hier, ne? Hm. Mal kurz gucken. Da ist er schon gegen, oder? Das da natürlich. Und was ist das? Ein Hund? Das kann buddeln. Okay. Fick dich. Okay. Nein, mach das nicht. Ich bin nicht. okay noch so ein hässler Hund oh mei der ist ja schon die ganze zeit am boden da geblieben wenn ihr nicht alles so brach ja dann wird sie eigentlich gar nicht mehr so hässlich okay okay nein das klappt nur einmal es wird nur öfters klappen bin ich mir ganz sicher die sind angeblich noch unbedürt so sicher will ich mir doch nicht ich komme ich komme äh böser wau wau das war übel okay so 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 er denn noch am meisten spaß gemacht weil da war weniger los es war ein bisschen chilliger war nicht so überfrachte mit gegnern die gegner waren nicht so asozial ja halt schöner ich meine ich kann die saad einmal länger ausrotten die saad ist nicht so tragisch gewesen aber was hier teilweise los ist naja da ist ja echt nicht mehr feuerlich hier da war gerade nichts jawohl wir sind gleich gefickt jesus ja ich liege am boden cool was hat er gesappelt was mit königin oh mein gott nee ich glaube ich brech's ab das ist mir zu anstrengend es war eine weile spaß ich habe mittlerweile es ist so mühe ihr meine bekommt es doch mit ich habe wirklich keine motivation mehr es ist als würde man drei meter vorwärts gehen und geht fünf meter zurück der weg kein problem wie es aber nehmen hat gleich wieder zehn zillionen um sich rum ja schön schön ja ich hab die schon gesehen ja 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 gemerkt da ist mir da was außen rumgesmiegt, das ist schön das war jetzt mit so einem quaddelkopf eine mutter ist das weg würde ja auch sagen wenn ich nichts gespielt hätte und gar nichts aber es ist mühvoll 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 ja scheiße nein einfach nur nein einfach nur nein haben wir nicht noch mehr? sind doch nur 3 wo ist denn diese Skiller? Ausbeugschauce leicht verbessert und was ist das hier? wir haben was schweres Polder da rum halt dein Maul war ja klar ein Gegner gibt es hier nicht ne sind immer gleich taus das ist immer gleich eine ganze Schulgruppe ach komm wenn man die kurse so so Ach so, Quattelkopf. Na, immerhin können sie sich nicht da durch den Boden buddeln. Ah, ne Chest. Ne Chest mit, wow, Altmetall, das ist doch traumhaft. Die wissen schon, dass Altmetall mittlerweile echt so fast gar nix mehr gut ist, aber... Hey, ist doch nichts, sonst können wir nicht einfach wieder in die Menschen der Welt reisen und da Altmetaller fahren, wenn man es braucht. Nee. Wir kacken euch dann mit den anderen Welten auch noch zu. Nein, nein, nein! Kleiner Poise Master. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist langsam mich gestört. Ich geh erstmal da nach oben. Wenn der Spieler halt mitdenken wird, was es nicht tut, dass es sich halt wirklich darauf einstellt, dass es ein Spieler ist, aber nein! Nein! Ich bin langsam Klammern, Muni! Ich bin langsam Klammern, Muni! Da haben wir ein Gate. Ich hab keinen Key dafür. Hm. So ein bisschen Muni wäre geil. Nur ein bisschen. Da ist das so, Muni? Nein! Nein! Eher mehr Altmetall. Hm. Okay. Okay. Dahin. Hoffen wir einfach mal nicht zu schwer der Gegner kommen, bis wir die ein bisschen Muni hergeben. Ah, da hat Muni getroppt. Oh, hi! Oh, nee! Du, das lang für heute. Entscheidet ihr, soll ich weiterspielen? Mal ganz ehrlich. Mir macht's keinen Spaß momentan mehr. Das ist einfach zu nervig. Ich mein, von den Aufrufzahlen ist jetzt auch kein großer Verlust her. Ich mein, die Livezahlen sind okay, aber vom Aufruf her ist Remnant momentan. Ah. Und jetzt seht's. Es ist so wie Kaugummi. Jetzt wollen wir da oben da waren. Jetzt wollen wir da runterkundeln. Das ist jetzt auch wieder so eine riesengroße Map mit 10 Milliarden Gegnern. Ah. Naja. Entscheidet ihr mal. Schreibt mal in die Kommis. Ansonsten, wenn's sich nix ergibt, dann weiß ich schon, was ich mach, ne? Also, tschüss!